Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung an der Uni sein zu dürfen, der Hertie Stiftung, dass sie das Hertie Institut unterstützt. Das Erste ist, ich würde Ihnen etwas über die Alzheimer Erkrankung erzählen, was es ist, dann etwas über eine Diagnose und dann die Therapie, wie und wann. Ich meine, eigentlich sollte ich über Demenz sprechen, aber erstens, die Alzheimer Demenz ist die am meisten vorkommende Demenz. 60 oder 70 Prozent aller Demenzen sind Alzheimer. Und was interessiert Sie die Demenz? Sie wollen wissen, wo ist die Therapie? Und ich möchte Ihnen erklären, sie ist noch nicht da, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Bei uns erwarten wir mehr Alzheimer Patienten. Das ist Europa. Hier ist der Ring, der Dicke ist jetzt und dann ein bisschen mehr 2030 und 2050. Da kommt ein bisschen mehr. Aber das weltweite Problem kommt von Südamerika, Afrika, Asien. Gucken Sie, wie viel der Zuwachs ist. 400 Prozent, 400 Prozent, 400 Prozent. Also weltweit wird es von diesen Ländern, die natürlich schneller älter werden als wir, wird der Zuwachs kommen. Hier sind die Zahlen, vielleicht 35 Millionen, jetzt 65 Millionen, 115 plus minus, ist eigentlich egal. Wenn wir nichts machen, geht es extrem hoch. Jetzt zeige ich Ihnen etwas, was vielleicht politisch unkorrekt ist. Genauso unkorrekt, wie man die Flüchtlinge auf eine Insel tut oder die Idee hat, hatte ich mal die Idee, was passiert, wenn wir alle Demenzpatienten in ein Land tun und dieses Land Demenzland nennen. So, ich zeige es Ihnen, hier ist es. Hier sind die europäischen Länder 2010, Russland habe ich dazu gezählt, ist das grösste Land. Das Demenzland ist hier Nummer zehn in Europa. Aber jetzt gucken Sie, was 2050 passiert. Das Demenzland ist Nummer zwei. Also in Europa mit Russland ist dann das zweitgrösste Land das Demenzland. Und in diesem Demenzland sind nicht die viermal mehr, wenn die viermal höhere Anzahl, wenn nicht noch an die Pflegenden oder die Familienmitglieder oder alle Leute, die nötig sind, um diese Personen zu versorgen. Also es sind so Szenarien, die man sich gar nicht richtig vorstellen kann. Hier ist Alois Salzheimer und vor mehr als 100 Jahren hat er schon beschrieben im Gehirn von seiner Patientin Ablagerungen von Eiweißen. Normalerweise sollten diese Ablagerungen weder die noch die da sein und das war in seiner Patientin. Heute machen wir ganz was ähnliches. Das ist ein Alzheimer-Hirn. Wir schneiden es, das ist die Hälfte davon, in Scheiben. Dann schneiden wir es noch dünner und dann färben wir es. Und da sehen wir die gleichen Ablagerungen, die Alois Alzheimer gesehen hat, aber in Farbe. Das sind die einen, die nennen wir Amyloid Plaks. Da wird dieses A-Beta-Eiweiss abgelagert. Das kommt aus dem Gehirn, nicht aus dem Essen. Und die neurofibrillären Tangles, da werden die Tau-Eiweisse abgelagert. Wenn Sie diese zwei Ablagerungen haben in einem Hirn und demenz sind, dann ist es die Alzheimer-Erkrankung. Wenn Sie die nicht haben und demenz sind, ist es eine andere Demenz. Wir glauben, dass diese Ablagerungen zuerst kommen und dann kommen die und dann kommt die Demenz. Jetzt fragen Sie sich sicher, und ich mich natürlich auch, 100 Jahre keine Therapie. Wie kann das sein? Als Alois Alzheimer in Tübingen stand, war die Lebenserwartung 50 Jahre. Da gab es keine Alzheimer-Patienten und die Partys gab, da hat sich doch niemand darum gekümmert. Also erst in den letzten Jahren haben wir den Druck von der Politik, von der Wirtschaft, von allen, dass man da was machen muss und den Leidensdruck. Der zweite Grund ist folgendes. Alois Alzheimer genauso wie hier. Wir sehen immer das Ende. Ein Patient ist verstorben und jetzt sieht man im Hirn diese Veränderungen. Aber wie sind sie gekommen? Man braucht Modelle, man braucht Tiermodelle. Aber jetzt kommt das Problem. Die Tiere entwickeln keine Alzheimer-Demenz. Hier habe ich ein paar Tiere. Der Affe, der Reisbär, der Tiger. Und tatsächlich, das Braune, die einen Ablagerungen entwickeln diese Tiere. Aber es gibt keine Evidenz, dass sie die klinischen Symptome entwickeln. Die anderen Ablagerungen, die Tau, die kommen nicht vor und keine Symptome. Jetzt denken Sie, was sind Symptome bei einem Affen? Aber ich sage Ihnen, wenn man die Diagnostik oder die, wie man beim Menschen, wie man das untersucht, das kann man eigentlich beim Affen genauso machen, ausser die Sprache. Aber alles andere kann man beim Affen auch untersuchen und es gibt wirklich keine Evidenz, dass die eine Demenz haben. Dazu kommt, weder mit einem Tiger noch mit einem Kamel kann man in einem Labor arbeiten. Was wir arbeiten, sind Fadenwürmer und Fliegen und die Mäuse. Und die Mäuse oder die Nagetiere, die bekommen schon gar nichts. Weder diese Ablagerungen, noch die anderen Ablagerungen, noch sind sie dement. Wir haben keine Tiermodelle. Wie können wir dann die Krankheit studieren? Und das braucht Jahre, das braucht Jahrzehnte. Und während der 30 Jahre hat ein Forscher Folgendes gemacht. Er hat gesagt, was sind das für Ablagerungen? Und hat dann diese Ablagerungen aufgereinigt und hat gefunden, dass es ein Eiweiss ist. Das hat er genannt, Beta-Amyloid-Eiweiss, A-Beta. Eine Verklumpung dieses Eiweisses, das lagert sich ab. Wo kommt das her? Eben nicht aus der Nahrung, sondern das ist ein Bruchstück von einem längeren Eiweiss. Hier ist das längere. Wir nennen es Amyloid-Vorläufer-Eiweiss oder Protein. Und hier ist dieses Stück in diesem Eiweiss. Also muss es irgendwie von uns rausgeschnitten werden im Gehirn. Und das wird es. Da haben wir nämlich gefunden, wir, nicht ich, aber die Alzheimer-Forscher über die letzten 30 Jahre, dass es hier eine molekulare Schere gibt, die schneidet. Und hier gibt es auch eine, die schneidet. Und dann wird das Arbeiter freigesetzt. Und wenn man zu viel davon macht, dann verklumpt es und lagert sich ab. Oder aber man baut zu wenig davon ab. Entweder wird zu viel gemacht oder man baut zu wenig davon ab. Letztendlich, wenn es zu viel hat, verklumpt es und es wird abgelagert. Das passiert, wenn sie Alzheimer bekommen, als erster Schritt. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, ja, wieso bekommen wir es? Wieso machen wir zu viel? Wieso bauen wir nicht genug ab? Und jetzt gibt es wenige Familien auf der Welt, die haben eine sogenannte autosomale, dominante Vererbung. Das heisst, 50 Prozent, die Hälfte der Kinder bekommt immer die Demenz. Hier ist es zum Beispiel, eine Frau Alzheimer-Demenz, ein gesunder Mann hat ein Kind, das hat die Alzheimer-Demenz. Das, das Kind, das Kind, das Kind, die drei sind gesund, etwa 50 Prozent. Und wiederum, das hat es vererbt, glücklicherweise zu niemandem. Hier einer vererbt. Im Schnitt sind es 50 Prozent. Die haben eine Genveränderung, die praktisch mit hundertprozentiger Sicherheit macht, dass man die Alzheimer-Demenz bekommt und nicht etwa wie wir mit 70, 80, 90. Die bekommen es mit 40 oder 50. In Deutschland kennen wir eine Familie, die bekommt es mit 28. Das sind alles solche Veränderungen. Und dann hat man natürlich diese Familien untersucht und hat gesagt, was ist die Genveränderung? Das muss ja die Ursache sein. Und alle Familien, die wir kennen auf der ganzen Welt heute, haben die Genveränderungen entweder hier, wo die Schere schneidet oder hier, wo diese Schere schneidet oder in der Schere selber. Stellen Sie sich vor, wir haben so viele Gene, aber bei allen Familien ist immer nur da. Und alle Genveränderungen machen das Gleiche. Es wird zu viel von dem gemacht, dann gibt es diese Ablagerungen. Und bei diesen Familien sind wir uns 99,99 Prozent sicher, die Ursache ist zu viel von diesem A-Beta-Molekül. So, wenn wir die Ursache bei diesen Familien wissen, dann können wir doch diese Ursache in eine Maus verpflanzen. Das macht man mit transgenen Mäusen. Da nimmt man eine Maus und baut das humane Protein, das Eiweiss mit dem Gendeffekt in die Maus. Und gucken Sie, eine Maus, die nie Alzheimer-ähnliche Veränderungen bekommt, bekommt schon nach sechs Monaten die ersten Ablagerungen und nach 24 Monaten genau wie ein Alzheimer-Patient voll vom Amyloid. Jetzt muss ich Ihnen gleich was sagen, weil Sie lesen sicher diese Mäuse. Nein, die haben kein Alzheimer. Das sagen wir auch nicht. Die Mäuse sind ein Modell für diese Ablagerungen, wo wir glauben, das ist der erste Schritt zur Demenz. So, die Mäuse haben keine anderen Ablagerungen, sie haben keinen grossen Nervenzellverlust, sie liegen nicht im Bett und zeigen keine Demenz, aber sie sind ein perfektes Modell, wenn wir glauben, dass das der initiale Trigger ist für die Erkrankung. Was haben wir gelernt? Nur etwas ganz, wie kleines, kurzes von unserer eigenen Forschung, zum Beispiel, wie diese Aggregation zustande kommt. Ich will sie auch gar nicht langweilen mit dem, ich gehe direkt zum Domino. Die ganze Verklumpung müssen Sie sich vorstellen wie ein Domino, wie eine Kettenreaktion. Der erste Dominostein ist eine Verklumpung von ein paar von diesen Eiweissen und die haben dann die Fähigkeit, die anderen Eiweisse zum Verklumpen zu bringen. Hier ist ein gesundes, das bringt ein anderes zum Verklumpen, dann sind zwei Kranke, dann kommen die Neuen dazu, dann sind alle sechs krank und so weiter. Dann gibt es eine lange Kette und plötzlich wird die, weil sie zu gross ist, fällt sie auseinander, es gibt zwei neue kleine und dann fängt es wieder an. So wie eine Kettenreaktion oder der erste Dominostein, den man umfällt und dann geht es durchs ganze Gehirn. Und so ist es, es fängt hier an im Gehirn und geht durchs ganze Gehirn. Und so stelle ich mir die Alzheimererkrankung vor. Sie, wir sind alle im besseren Alter, wir kennen noch Bibliotheken, wo es Bücher gibt. Gucken Sie, das ist eine Bibliothek. Und hier hinten ist das erste Regal, wo das erste Buch umfällt, wo alle Information gespeichert ist. Und das wird das nächste Buch umfallen lassen und das nächste und das ganze Regal und letztendlich das Regal fällt um und das nächste fällt um und so geht es rasant durch das ganze Gehirn und schreitet fort. Was es uns sagt, ist, wenn Sie eine Therapie machen wollen gegen diese Bücher oder gegen das Eiweiss, dann soll man es doch am Anfang machen gegen den ersten Dominostein oder gegen das erste Buch. Die Frage ist nur, und da komme ich auch zurück, ja wer weiss dann, wenn das erste Buch umfällt? Ich werde Ihnen zeigen, das Buch fällt leider Dekaden. Bevor Sie es merken, um. Vielleicht ist es bei uns allen, fällt es schon um, aber wir werden erst viel später merken, dass wir die Erkrankung haben. Da komme ich jetzt dazu. Diagnose der Alzheimererkrankung. Typischerweise denkt die Frau, der Mann hat was, bringt ihn zur Gedächtnisambulanz. Wenn die Frau alleine kommt und sagt, ich bin sicher, ich bin dement, dann ist sie meistens nicht dement. Aber jedenfalls, Sie gehen in die Gedächtnisambulanz und machen diese Tests. Sie haben sicher schon gehört, den Uhrentest oder Sie müssen Figuren nachzeichnen oder Sie kennen das. Was dann der Neuropsychologe Ihnen sagen wird oder der Arzt, oh, das ist normales Altern, das vergesse ich auch. Oder er wird Ihnen sagen, mild cognitive impairment, da ist ein bisschen was. Es könnte ja, kommen Sie wieder in ein paar Jahren, vielleicht kommt ja da was. Man kann schon was messen, oder? Er sagt Ihnen, Sie haben Alzheimer. Um sicher zu sein, dass es Alzheimer ist, kann er das Hirnwasser oder den Liquid abnehmen. Und da misst er diese beiden Eiweisse, das A-Beta, das sich ablagert, und das Tau, das sich ablagert, misst er in diesem Liquid. Eines geht runter, das andere geht rauf. Es ist nicht so einfach zu verstehen. Erkläre ich Ihnen gern, aber es ist eigentlich irrelevant, jetzt wieso eines rauf und runter geht. Aber wenn es runter geht und das rauf, dann ist es ein Anzeichen, dass Sie die beiden Ablagerungen im Gehirn haben und daher schon die Alzheimer-Demenz. Was man auch machen kann heute, man kann in diese Scanner, in diese bildgebende Maschinen liegen und kann im Gehirn zuerst einmal mit dem MRI gucken, ob Ihr Hirn geschrumpft ist und die Ventrikel grösser, das ist ein normales Gehirn, das ist geschrumpft, das so ein bisschen vergleichen und die Ventrikel, die Öffnungen sind dafür grösser. Oder Sie können sogar in ein sogenanntes PET, wo eine Substanz Ihnen gespritzt wird, die ein bisschen radioaktiv ist, strahlt, die bindet dann an diese Ablagerungen im Gehirn und dann guckt man, wie viel Strahlung dann eigentlich zurückgegeben wird und wie viel von diesem Amyloid im Gehirn sitzt. Also das wäre ein normaler Patient, da bindet es nicht und da wäre ein Alzheimer-Patient, der bindet an diese Ablagerungen, der hat die Ablagerungen schon. Was haben wir gelernt, leider, eigentlich aber auch als Hoffnung für die Therapie? Wir haben gelernt, wenn Sie schon etwas ganz wenig Kleines spüren oder der Neuropsychologe sagt, da könnte schon was sein und jemand könnte in Ihr Hirn zu diesem Zeitpunkt sehen, dann hätten Sie das Hirn schon voll von den Plugs und schon voll von den Tangles. Wenn Sie in den Scanner sitzen würden in diesem Moment, würde es rot strahlen, weil eben alles schon da ist. Und wenn Sie den Liquid untersuchen, dann wäre es auch schon da. Das macht man nicht normalerweise, weil Sie ja keine Symptome richtig haben, dann untersucht man es nicht. Aber das hat man gefunden. Man glaubt heute, dass das etwas so aussieht. Hier kommt die Demenz. Fünf Jahre vorher, zehn Jahre vorher, 15 Jahre vorher, 20 Jahre vorher und irgendwo da im Liquor, das heisst Liquor, merkt man schon die ersten Veränderungen. Also 20 Jahre, bevor Sie die Diagnose Demenz bekommen, Alzheimer Demenz, kann man im CSF schon etwas messen. 15 Jahre vorher durch die bildgebenden Verfahren, da ist auch wieder der Liquor, das andere Protein und so weiter. Was ich sagen will, ist, man kann schon im Gehirn viel früher messen, dass sich etwas verändert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Viele sagen, die Nonnenstudie, vielleicht haben Sie schon mal gehört, da gibt es Nonnen, die haben das ganze Gehirn voll von Amaloid, aber die waren völlig intakt kognitiv. Heute weiss man, das mag so sein, aber es könnte auch sein, hätten die Nonnen 10 oder 15 Jahre länger gelebt, wären sie dement geworden. Was ich aber auch sagen muss, es kann auch sein, dass sie wie die Tiere, die ich Ihnen gezeigt habe, irgendeinen Mechanismus haben, der macht, dass es nicht weiter fortschreitet. So, jetzt fragen Sie sich natürlich sicher, wieso wissen wir das? Es gibt wenig, ich sage immer das Beispiel, ich zum Beispiel, Sie denken, ich sei noch relativ normal. Ich hoffe nicht, dass ich einen Autounfall heute Abend habe, aber nehmen wir an, ich hätte einen. Es würde eine Autopsie gemacht, mein Gehirn wäre voll vom A-Beta. Das würde nach heutiger Interpretation sagen, ich bekäme die Alzheimer-Demenz wahrscheinlich in 15 Jahren oder so was. Aber wieso wissen wir das alles? Ich sage es Ihnen, wieso. Wegen Leuten wie ihm, es war ein Artikel im Spiegel, über einen Menschen in Deutschland, jung, der hat den Gendefekt, die Genveränderung. Und er weiss ganz genau, dass er etwa in 20 oder 30 Jahren, genauso wie seine Mutter oder Vater, das weiss ich jetzt nicht mehr, die Alzheimer-Demenz bekommt. Und solche Familien, die untersucht man weltweit in einer Studie, die nennt man Dian, wo alle mitmachen. Hier sind die Länder, Amerika ganz viele, Südamerika, Europa, Australien, Japan und Spanien dazu, Südkorea dazu, Argentinien hat. Ich glaube, die ganze weltweite Studie, wo alle nach diesen Familien gucken und diese Familien alle untersuchen. Und das kann man dann, man weiss, 20 Jahre vorher, da untersucht man und sieht schon, dass das Gehirn die Veränderungen hat. Und so kommt man dann zu solchen Schätzungen, 5 Jahre vorher, 10 Jahre vorher, weil man weiss, wann die Symptome bei diesen Familien kommen. Was machen wir jetzt? Therapie. Aber wie und wann? Das Erste, ich habe eine Therapie für Sie. Eine hundertprozentige Therapie, wo Sie sich schützen können, niemals Alzheimer zu bekommen. Wissen Sie es? Sie gehen, also ich habe es nicht verstanden, Sie gehen einfach in ein Land, wo die Lebenserwartung 40 Jahre ist oder 50 Jahre. Das mag zwar lustig erscheinen, aber es hat etwas Interessantes dran. Hier zum Beispiel Nigeria, gucken Sie sich die schöne Pyramide an, hier Italien oder Deutschland. Sie ziehen da hin. Ich garantiere Ihnen, die Chance, dass Sie Alzheimer bekommen, ist verschwindend klein. Zweite Möglichkeit der Jungbrunnen. Sie glauben daran, eine Seite rein und jung wieder rauszukommen. Oder, und das war auch ganz neu, muss ich sagen, ganz stolz, die ganz neuen Daten, die ich habe, vor zwei oder drei Tagen auch, wurde jetzt wirklich gezeigt, dass Hungern sogar bei den Affen hilft. Hier kommt es. Die einzige wissenschaftlich anerkannte Methode, das Leben zu verlängern und den Alterungsprozess zu verlangsamen, ist eine drastische Reduktion der Kalorienzufuhr. Und es zeigt auch, dass man nicht nur länger lebt, sondern dass die altersbedingten Erkrankungen zurückgehen. Bei Alzheimer, wie die Affen sind, die haben kein Alzheimer bekommen, darum kann man es nicht untersuchen. Aber die Möglichkeit gibt es auch. Sie haben sicher gehört, das ist eine 30-prozentige Reduktion eines normalen Körpersgewichts. Sie sehen also nicht besonders schön aus. Sagen wir auch immer, der Affe sieht doch bulliger und schöner aus als der. Aber tatsächlich, dem geht es, wenn man ihn misst, geht es besser und er lebt länger. Und man sollte weniger an altersbedingten Erkrankungen erkranken. Aber es gibt sicher auch erfolgreiche Saltern, wie bei ihm, ohne Jungbrunnen und Hungern. Und da fragt man sich, was für protektive Faktoren gibt es? Was denken Sie? Ich bin sicher, Sie sagen, Sie spüren, Sie würden, ich habe x-mal gefragt. Und viele von Ihnen, wenn ich es jetzt zeige, sagen Sie, ja klar. Nummer eins wäre folgendes. Ein Netzwerk sozialer Beziehungen aufrechterhalten. Spüren, dass man für etwas da ist. Bewusstsein in der Gesellschaft, einen Beitrag zu leisten. Nummer zwei. Körperlich aktiv bleiben und regelmässig Sport treiben. Das kann man zum Beispiel sogar in den Mäusen zeigen. Eine Maus ist in einem Käfig ohne Laufrad. Die andere hat ein Laufrad. Und die mit dem Laufrad bekommt weniger von diesen Ablagerungen im Gehirn. Oder aber, sie bleiben geistig aktiv, stimulierende und herausfordernde Tätigkeiten nachgehen. Kann man auch bei der Maus zeigen. Die eine Maus bekommt alle Spielzeuge und die andere bekommt gar nichts. Das können Sie auch machen. Sie können Politiker unterstützen. Wie den Sarkozyer war der Erste, muss man schon sagen. Der gesagt hat, wir wollen einen Plan für Alzheimer. Einen nationalen Plan. Und hat viel Geld dafür ausgegeben. Dann, Sie haben es vielleicht mitbekommen, der David Cameron. Dann kam der Obama, der zwar gesagt hat, aber so viel ist auch nicht passiert. Aber es passiert was. In Deutschland haben wir dieses Deutsche Zentrum für Neuroregenerative Erkrankungen. Wo ich auch, oder das Herd-Institut, oder meine Abteilung auch Teil davon ist. Und ganz neu. In England wird sehr viel gemacht. Nicht nur diese Initiative, wo Sie auch wie das DZNE, ein Demenz-Research-Institut gründen. Sondern eigentlich extrem viel auch sonst klinische Studien dazu machen. Das interessiert uns alles. Das ist alles Prävention. Aber jetzt wollen wir über die Therapie reden. Was macht man? Hier ist nochmal, was ich Ihnen versucht habe zu zeigen. Hier ist dieses Molekül, das verklebt. Und hier ist letztendlich der Patient. Und da gibt es ganz viele Dinge, die Sie auch gar nicht lesen sollen. Es gibt Medikamente, wenn Sie heute eine Demenz haben. Die Medikamente sind gut. Da muss man gar nichts dagegen sagen. Aber Sie sind gegen A, Symptome. Und B, Sie verlangsamen vielleicht den Prozess um ein paar Monate. Aber kausal gegen die Erkrankung machen Sie nichts. Sie greifen auch hier unten irgendwie an. Also was wir brauchen, sind Medikamente, die hier oben angreifen. Ohne dieses Molekül keine Ablagerungen und per Definition auch keine Alzheimer-Demenz. Ich mache mich immer lustig und sage, wenn ich wirklich Erfolg habe, das wegzutherapieren und die Personen sind noch dement, das ist zwar ganz schrecklich, aber da müssten wir eigentlich auch die Erkrankung umbenennen, weil es ist die Definition der Erkrankung. Gut, jetzt erkläre ich Ihnen, was man da macht. Hier ist nochmal mein Vorläuferprotein, wo geschnitten wird, freigesetzt wird. Und das Einfachste ist, man würde diese Schere einfach hemmen, dass sie nicht mehr schneidet. Kann auch nichts mehr freigesetzt werden, keine Ablagerungen, kein Alzheimer. Oder man hemmt die andere Schere, geht genauso, oder beide. Oder, was man auch gefunden hat, man kann einen Antikörper geben, der wandert ins Gehirn, der bindet an dieses Eiweiss und dieser Komplex von Antikörper und Eiweiss wird dann viel rascher abgebaut, als wenn das alleine ist. Und da das, da hat man früher Erfolge gehabt, und darum sind die meisten klinischen Studien heute, wo man schon Resultate hat, wurden mit dem Ansatz gemacht und noch nicht so mit dem. Dann geht es weg. Bei den Mäusen klappt das wunderbar. Hier ist die Maus, die hat die Ablagerungen. Hier ist die Maus mit den Antikörpern, die man immunisiert hat. Keine Ablagerungen mehr. So geht es der Maus besser. Da fängt es an. Dort wird es kritisch, wo wir uns aufs Glatteis führen lassen, wir Forscher. Weil der Maus geht es ein bisschen besser. Aber die Maus können wir nicht. Die Maus entwickelt keine Alzheimer-Demenz. Darum Rückschlüsse zu ziehen und sagen, die Menschen muss auch besser gehen, das darf man von der Maus nicht. Die Maus sagt uns aber, dass die Therapie tatsächlich dieses Amaloid wegräumt. Beim Menschen wurde es gemacht. Was ist passiert? Die erste Studie hatte Nebeneffekte und wurde abgebrochen. Die zweite Studie, also es war die erste abgebrochen, oder ein Paar, ein Nebeneffekt wurde abgebrochen. Aber diese Menschen, die in diesen Studien waren, die sind dann auch einmal eines natürlichen Todes gestorben und man konnte das Gehirn untersuchen. Was man gefunden hat ist, aber es wirkt, die Immunotherapie scheint das Amaloid abzubauen. Diese Menschen hatten also viel weniger von diesen Aggregaten im Gehirn. Aber, und hier kommt wieder das weinende Gesicht, die immunisierten Patienten sind in den Gedächtnistests nicht besser als Kontrollpatienten. Jetzt hat man tatsächlich diese Ablagerungen weggeräumt, aber den Patienten ging es nicht besser. Es war natürlich etwas das Schlimmste, was passieren kann, aber in der Zwischenzeit haben wir etwas gelernt, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe. Die Alzheimererkrankung beginnt viel vorher. Da hat man Menschen behandelt, die schon Symptome hatten, wo die Nervenzellen schon gestorben sind, die 20 Jahre vorher schon die Veränderungen im Gehirn hatten. Und heute glaubt man, man kann nicht mehr was machen, wenn man richtig Symptome hat und die Nervenzellen schon weg sind und der ganze Prozess schon anläuft, das Domino schon lange alles umgefallen ist. Man muss viel früher anfangen. Und das ist heute, was man versucht zu machen. Kein Wunder, die Therapie muss früher beginnen. Es kommt natürlich die Frage, bei wem beginnt sie jetzt? Wie wissen wir, wer in 20 Jahren die Alzheimer-Demenz bekommt? Wen sollen wir jetzt therapieren in unseren klinischen Studien? Und jetzt kommen meine Familien wieder, denen man so viel zu verdanken hat. Bei denen wissen wir genau, in 20 Jahren, in 25 Jahren, in 15 Jahren. Und das von dem her sind das die Ideen, die ideale Population von Leuten, denen man ganz früh so eine Therapie anbieten kann. Jetzt sagen sie natürlich ja, was nützt es uns allen 99 Prozent Alzheimer-Patienten, wenn ich die therapieren kann? Das ist ein guter Einwand. Und man kann nicht ausschliessen, dass das Sporadische, was wir bekommen, etwas anderes ist. Aber es ist höchst unwahrscheinlich, weil eine familiäre Alzheimer, diese Familien, die haben genau die gleiche Erkrankung, einfach nur 20 oder 30 Jahre früher. Es scheint das wirklich das Gleiche zu sein. Und darum geht man davon aus, dass die Ursache dieses A-Beta ist, das ich Ihnen gezeigt habe. So, die Studien, merkt man jetzt nicht schliessen, waren alle für nichts. Wir müssen früher anfangen, aber das war nicht so. Man hat von diesen Studien unglaublich viel gelernt. Und wenn ich zurückgucke, retrospektiv, jede einzelne Studie, auch wenn nachher in der Zeitung steht, Misserfolg, war so was von wichtig. Erstens, als sie geplant wurden, wussten wir nicht, dass wir 20 Jahre, 15 Jahre, 10 Jahre vorher anfangen sollen. Und hier sind ein paar andere Dinge. Was haben wir sonst noch gelernt? Wieso sind heutige Studien besser? Wieso glaube ich, dass mit den gleichen Studien gegen dieses A-Beta wir Erfolg haben werden? Erstens, was passiert ist, ist, man hat Alzheimer-Patienten in die Studien mit einbezogen. Und schlussendlich hat man gemerkt, in 10% der Fälle waren wir falsch. 10% waren keine Alzheimer-Patienten. Die hatten eine andere Demenz. Man kann sich vorstellen, die kann man ja gar nicht therapieren mit etwas gegen Alzheimer. Also 10% können gar nicht Erfolg haben. Und für eine Studie ist das natürlich fast schon der Tod. Und heute nimmt man nur noch Patienten, wo man vorher guckt, ob die im Gehirn wirklich die Ablagerungen haben, dass man 100% sicher ist, dass die Person von der Therapie profitieren könnte. Veränderungen, die früher zu Studienabbruch geführt haben, werden jetzt anders eingesetzt. Ob Sie es glauben oder nicht, aber es ist ein extrem schönes Beispiel. Da wurden zwei oder drei Studien abgebrochen, weil man die Patienten behandelt hat. Und da hat man sie in diese bildgebende Verfahren, diese Röhren gesteckt und hat plötzlich ganz komische Veränderungen im Gehirn gesehen. Hat man gesagt, das ist nicht gut. Hat die Studien abgebrochen. Heute weiss man, denkt man, dass das das Zeichen ist, dass der Antikörper im Gehirn angekommen ist, das A-Beta bindet und es so zum Blutgefäss transportiert und es dann aus dem Blut rausgeschleust wird, also abgebaut wird. Früher hat man eine Studie abgebrochen. Heute denkt man, das ist gut, es geht in die richtige Richtung. Haben wir auch gelernt. Begleiterkrankungen. Alzheimer ist ein heterogenes Krankheitsbild. Wissen Sie, ein 90-Jähriger, der eine Alzheimererkrankung hat, der hat noch so viele andere Dinge im Gehirn. Das ist völlig naiv zu glauben. Eine Therapie gegen dieses A-Beta mache alles wieder gut. Also wir haben gelernt, wenn man einen 90-Jährigen therapieren will, dann muss man eine Kombinationstherapie und ganz viele verschiedene Ansätze haben gegen ganz viele Dinge. Man kann nicht erwarten von einer Therapie, dass sie das alles wieder gut macht. Auch sagt es uns, je jünger man ist, desto einen cleaneren Alzheimer hat man, desto erfolgreicher sollte es sein. Es ist auch nicht klar, und das macht grosse Hoffnung, finde ich auch extrem interessant, es ist nicht klar, ob alle Menschen mit Amylwied im Kopf auch wirklich die Erkrankung entwickeln, diese Resilienz oder diese Widerstandskraft. Offensichtlich, und da komme ich wieder auf die Nonnen, wo ich sage, vielleicht hätten sie es bekommen, aber vielleicht gibt es tatsächlich Menschen, die irgendeine Fähigkeit haben, mit diesem Amylwied im Gehirn sehr lange, für immer, ich weiss es nicht, zu leben, während andere relativ schnell in die Demenz kommen. Was wir uns alle einig sind, eine Prävention oder eine ganz frühe Therapie scheint bei weitem am erfolgsversprechendsten. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.